Wir wollen den längsten Bev-Drift der Welt ins Genussbuch, der Weltrekord eintragen lassen. Es hat tatsächlich ja noch niemand mit einem Batteriefahrzeug so einen Versuch gestartet. Das heißt, heute geht es wirklich darum, hält das Auto, was es verspricht? Ist es wirklich das sportlichste Batteriefahrzeug? So today, Porsche is attempting to set a new Guinness World Records title for the longest vehicle drift in an electric car. I am here to verify the evidence, to witness the attempt from Guinness World Records perspective. I also have Denise Ritzman here. She is a vehicle and drifting expert, giving me her very professional opinion. She's a very accomplished driver. We are here to witness the Guinness World Records attempt by Dennis Ritterer of the Porsche Experience Center Hockenheim Ring. He's attempting the longest vehicle drift in an electric car. Gerade die Strecke hier ist extrem schwer, weil es unterschiedliche Gripverhältnisse sind. Von daher bin ich sehr gespannt, wie er das macht. Wie ganz schön, wie er das macht. Wie ganz schön, wie er sich vorliegt. Die Sache ist, dass man die Fahrrad mit dem Fahrrad verwendet hat. Man kann es mit viel Kraft benutzen, weil es ein Fahrradfahrer ist. Aber wir versuchen, dass es so effizient ist. Ich benutze die Fahrrad-Change zuerst, um die Fahrrad zuerst, um die Fahrrad zu fahren, um die Fahrrad zu fahren. Und dann ist es wirklich effizient. Selbst wenn ich einen großen Angen habe, kann ich die Fahrrad ein bisschen aufbauen. Und das Fahrrad hat mich, mehr oder weniger. Die Fahrrad-Change